Bei einer Demonstration für freie Kommunalwahlen in Moskau nimmt die Polizei hunderte Menschen fest. Unter ihnen sind nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info auch mehrere Journalisten. Mehrere Menschen werden bei ihrer Festnahme verletzt. Trotz eines Demonstrationsverbots hatten sich in der russischen Hauptstadt zahlreiche Menschen versammelt, um gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten von den anstehenden Kommunalwahlen zu protestieren. Bereits am Wochenende zuvor hatten die Sicherheitskräfte bei einem Massenprotest der Opposition an die 1400 Demonstranten festgenommen. Die Protestbewegung wirft den Behörden vor, Oppositionskandidaten aus fadenscheinigen Gründen von den Kommunalwahlen im September auszuschließen.